Die Diskussion um Deutschlands Zukunft ist in vollem Gange. Deswegen blickt die Konrad-Adenauer-Stiftung in die Bundesländer. Mit der Videoreihe Wie tickt das Land? In dieser Folge schauen wir nach Thüringen. Dort leitet Maja Eib unser politisches Bildungsforum. Aus Erfurt berichtet sie, was den Menschen dort wichtig ist. Geht man hinaus ins Land und im Rahmen unserer politischen Bildung erleben wir dies in gut 80 Veranstaltungen mit über 6000 Gästen im Jahr. So sind es vor allem die Themen innere Sicherheit, Zukunft des gesellschaftlichen Zusammenlebens und die Daseinsvorsorge im ländlichen Raum. Ganz unterschiedliche Stimmungen nimmt sie wahr. Viele haben Angst vor wachsenden Parallelgesellschaften. Dies wird häufig von Bürgerinnen und Bürgern in unseren Veranstaltungen angesprochen. Viele wünschen sich von der Politik eine stärkere Zukunftsvision für Deutschland. Dabei stehen der Erhalt des gesellschaftlichen Friedens und des erarbeiteten Wohlstandes ganz weit oben. Was mich optimistisch stimmt, dass ich viele Menschen erlebe, die bereit sind, sich auf interkulturelle Begegnungen einzulassen und mitdiskutieren wollen, wie die Zukunft in unserem Land gestaltet werden soll. Das müssen wir nutzen, um eine breite gesellschaftspolitische Wertedebatte über das Zusammenleben in Deutschland zu führen. Das Dritte, was die Menschen bewegt, ist die Daseinsvorsorge, also die staatliche Grundversorgung an öffentlichen Einrichtungen und Infrastruktur in unseren ländlichen Räumen. Die Politik habe zu häufig eine Großstadtperspektive, kritisiert Eib. Thüringen hingegen sei mehrheitlich von kleinen Städten und Gemeinden geprägt. Um dort vor allem auch Familien eine Zukunft zu geben, ist es unerlässlich, die harten kommunalen Standortfaktoren nicht zu verlieren. Aber auch die Digitalisierung in verschiedenen Bereichen der Daseinsvorsorge ist voranzubringen. So dürfen zum Beispiel Kindergärten und Schulen ganz nach dem Motto kleine Füße, kleine Wege, auch kleineren Gemeinden nicht verloren gehen. Zwei Zukunftsthemen sieht Eib für Thüringen. Bildung und Digitalisierung. Das schnelle Internet ist entscheidend, ob ländliche Räume attraktiv bleiben oder auch wieder attraktiv werden können. Ich denke hier an die Arbeitgeber, ja den Mittelstand und die Selbstständigkeit. Als zweites Thema sehe ich das Thema Bildung und die Aufwertung des Lehrer- und Erzieherberufes. Eib wünscht sich eine von Freude am Lernen geprägte Atmosphäre in allen Bildungseinrichtungen. Die Förderung von gegenseitigem Respekt, Wertschätzung, Leistungsbereitschaft und Disziplin scheinen mir hier nicht nur im gemeinsamen Lernen, sondern insgesamt für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft wichtige Schlüsselbegriffe zu sein.